Sarah lebt jetzt seit sieben Jahren in unserer Familie. Sie ist mit drei zu uns gekommen. Sarah ist unser viertes Kind. Wir machen auch keinen Unterschied zu den eigenen. Jedes Kind hat ein sicheres Zuhause verdient. Liebe und Geborgenheit. Und das ist leider nicht allen gegeben, gut in das Leben zu starten. Wir wollten daher helfen, ein Zuhause bieten und ihr einfach ein ganz normales Leben ermöglichen. Und damit geht's uns gut. Und Sarah auch. Untertitelung des ZDF, 2020